Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Jan und Michael. Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Track-Nerds. Und für alle, die jetzt gerade im Stream waren, wir sind heute zu zweit. Das war einfach nur noch ein altes Intro. Wir müssen an dieser Stelle etwas Abbitte leisten. Also ich eigentlich nicht. Weil ich habe ja eh gesagt, ich habe damit nichts. Ja, ja, guck du nur mal woanders hin. Guck du nur mal woanders hin. Fünf Folgen müssen wir heute auf einmal besprechen. Fünf Folgen, krass. Aber sind wir, Moment, wir haben bei Folge, hatten wir Demugato Gumato noch nicht? Nein. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, boah, neun. Und vor allem so unglücklich, weil wir jetzt nur noch eine Folge haben. Sechs müssen wir besprechen sogar. Sechs müssen wir sogar besprechen, ja. Siehste mal. Von daher, liebe Hörer, tut uns an der Stelle etwas leid, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Aber dafür packen wir heute noch einen drauf. Wir werden dafür dann auch noch den Star Trek Discovery Trailer auch noch ein bisschen mitbesprechen am Ende dieser Folge. Genau. Ich glaube, das ist dann zumindest so ein halbwegs guter Ausgleich. Für alle, die neu hier sind, soll ja ab und zu jemand neu sein. Wir haben bei Twitch jetzt ein paar neue Leute dazu bekommen. Vielleicht gucken die ja auch gerade zu der höheren nachträglich noch mal rein. Michael, es geht mit Star Trek jetzt Schlag auf Schlag weiter. Ja, und das machen wir hoffentlich dann wieder regelmäßig. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht geklappt hat, aber Lower Decks ist in der Lower Priority irgendwie bei uns gelandet. Schade. Demnächst wieder besser. Gut, aber wer uns das erste Mal hört, der kann nicht nur Lower Decks hören. Der kann nicht nur alles mögliche andere zu Star Trek hören, wie jetzt demnächst. Discovery wieder ab, wann war es? November? Irgendwie so. Der kommt einfach auf nerdizismus.de vorbei, denn da gibt es alles, was ihr so braucht. Das ist the name of the game, because und so weiter. Ja, da findet ihr unsere Episoden, da findet ihr unsere Links, da findet ihr unsere Artikel. Und da findet ihr vor allem auch Interaktionsmöglichkeiten, wie eine Feedback-E-Mail-Adresse, die info at nerdizismus.de. Wir haben auch sowas wie eine WhatsApp-Nummer, an die ihr uns schreiben oder sprechen könnt. Ich wiederhole, die ihr rein sprechen könnt, und zwar an die, wenn ich jetzt ganz klar spreche, 015259647709. Ich habe es jetzt nicht vor mir. Vielleicht habe ich es richtig gesagt, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Vielleicht sage ich es mein ganzes Leben auch nur falsch und irgendwer anders kriegt die ganze Zeit Nachrichten an uns. Kann natürlich auch passieren. Nein, ansonsten, wer gerne mit uns diskutieren möchte, der kann das auch auf Discord, auf unserem Discord-Server machen. Und zwar nerdizismus.de slash Discord. Und dann fleißig mit diskutieren. Ganz genau. Es kam eine WhatsApp, aber keine Sprachnachricht. Und zwar hat der Roman eine Frage gestellt, die ich jetzt hier mal an den allwissenden Chat, den ich an dieser Stelle auch herzlich begrüße, stelle. Hallo Nerdies. Ich habe gerade meinem achtjährigen Sohn gefragt, wer der schnellste Leser aller Zeiten ist. Natürlich hat er die Antwort nicht gewusst und ich sagte Data. Jetzt wollte ich ihm die Szene zeigen, in der Data ein Buch wie ein Daumenkino liest, bin aber irgendwo nicht fündig geworden. Jetzt meine Frage, war es wirklich Data oder habe ich nur eine andere Science-Fiction-Figur im Kopf? Vielen Gruß. Roman. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der TNG-Folge war. Ich weiß aber gerade nicht in welcher. Nicht, dass Data der einzige Android jemals in der Filmgeschichte ist oder Seriengeschichte ist, der das so macht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas von Data gibt. Also lieber Chad, wenn ihr das wisst, dann rein damit, damit der Roman hier an der Stelle auch noch ein, ja genau, Nummer 5 macht das. Danke. Richtig. Nummer 5 lebt, macht das. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Data das auch noch ist. Und Jack O'Neill macht das auch, als er das Wissen der Agent-Angens drin hat. Mhm. Also das kommt wohl öfter vor. Vielleicht hat der Roman hier auch einfach nur so einen Mandela-Effekt im Kopf und ich vielleicht auch und Data macht das gar nicht. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall Szenen gibt, wo Data ganz schnell Computer-Terminals liest. Das gibt es definitiv. Aber auch nicht, dass ich jetzt wüsste, welche Folge das ist. Aber ein Buch, vielleicht als sie bei Mark Twain sind, keine Ahnung. Aber Nummer 5 stimmt auf jeden Fall. Input, ich brauche Input, mehr Input. Ja, ganz genau. Wir wollen aber heute nicht über Nummer 5 lebt reden, wobei eigentlich könnte man immer über den Film reden. Es ist wirklich ein gutes Comedy-Piece der 80er. Wir wollen heute über ein anderes Ich kann nicht, dass ich den gesehen habe. ... über ein anderes Comedy-Piece reden, nämlich über Lower Decks Folge 9, 5, nee, noch 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Eine Folge haben wir noch. Ja, also wollen wir heute über diese Folgen sprechen. Da haben wir eine Menge vor. Und deswegen würde ich mal sagen, her ist so schön, Without Further Ado, legen wir los mit Mugato Gumato. Und da geht es darum, auf einem Planeten, das muss man vielleicht auch nochmal ein kleines Recap machen, weil sonst weiß man ja gar nicht, worum es geht. Also auf einem Planeten, auf dem sie eigentlich nicht vorkommen, tauchen plötzlich Mugatos auf. Die Cerritos wird geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen und entdeckt Skandalöses. Während Rutherford und Bäumler aufgrund eines Gerüchts an Mariners Identität zweifeln. Ist ihre Freundin in Wirklichkeit eine Spionin von Sektion 31? Und wer ist der mysteriöse Patient, der sich nicht bei Tendi zu seinem alljährlichen medizinischen Scan gemeldet hat? Ja, am Ende kommt raus, natürlich ist Mariner kein Spion und die Ferengi stecken hinter all dem und der mysteriöse Patient ist die Frau Doktor Höchst selbst. Tja, eine klassische, Geschichte, die auf TOS aufbaut. Weißt du, woher dieser Mugato-Gumato-Gag herkommt? Ich habe meine TOS-Sachen nicht so im Kopf, deshalb, sicherlich habe ich die Folge nicht gesehen. Also es gab eine TOS-Folge, die hieß Private Little War und da kommt dieses affenähnliche Wesen mit dem Horn vor und eigentlich sollte dieses Wesen Gumato heißen, so heißt es auch in den Credits. aber die Forrest Kelly konnte es irgendwie nicht aussprechen, der hat dann immer Mugato gesagt und William Shatner konnte es auch nicht aussprechen, der hat immer Mugato gesagt und dann hat man es eigentlich so gelassen. Ich wollte es nochmal in der deutschen Version nachgucken, wie man es da übersetzt hat, habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber so kam dieses Wortspiel sozusagen zustande. Was ich auch schön fand an dieser Episode war das Cold Open, wo Mariner die beiden Jungs einfach mal in diesem Stabwettbewerb ein Ambo Jujutsu vermöbelt hat. Auch was, was wir kennen aus dem Icarus-Effekt, da kloppt sich dann nämlich Riker mit seinem Papa Ambo Jujutsu, genau heißt das Ding. Die Rüstungen, die haben immer so ein bisschen was von Tron. Aber echt? Da passt ja auch in die Zeit rein, ne? Mhm. War für mich übrigens, können jetzt ja jetzt alle Folgen nicht ganz so ausführlich besprechen, wie das dafür, ganz ehrlich, geht zum Discovery Panel, die quatschen fünf Stunden über eine halbe Stunde Folge. War für mich von allen, die wir heute besprechen, die Schwächste. Weiß ich gar nicht. Ich fand's mal wieder nett, dass sie so den den Daumen in die Wunde rein drücken und dann alles durch Diplomatie am Ende lösen und nicht durch Action, ne? Also, was mir wieder wieder auffällt, du hast es ja jetzt in der WhatsApp-Midi-Tage auch wieder geschrieben, sie können einfach, also sie müssen einfach, ne? Also, the power of math, der, 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 also wirklich der fremdschämigste Satz oder Cringe, wie man heutzutage sagt, ja, heutzutage sagt, der Cringe-Satz schlechthin aus Star Trek Discovery, the power of math, people, kommt hier also auch drin vor. Die können es einfach nicht lassen, ne? Ja, ich warte noch auf die Szene, dass die eine alte Serie in Discovery gucken, die Breaking Bad ist, wo Jesse sagt, Magnets, Bitch. Ja, sowas in der Art könnte es ungefähr sein. Ferengi ist ein gutes Stichwort, da müssen wir später auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ansonsten sind mir noch zwei Star Wars-Referenzen aufgefallen, nicht die ersten, zum einen hat dieser, sind das Teleriten oder was, der eine, der eine Alien hat auf jeden Fall so Würfel in seinem Raumschiff und, ich glaube, der, irgendjemand sagt auch Thank the Maker, das ist ja das, wenn C3PO in A New Hope so ins Ölbad gelassen wird von Luke, dann sagt er auch Thank the Maker. Ja. Was hier aber bei den, wenn wir jetzt gerade mal auf die Ferengi eingehen, es wurde keine neue Regel eingeführt, oder? Eine Regel, eine Erwerbsregel? Ja. Habe ich jetzt nicht gehört, neue Erwerbsregel hier. Nee, ist mir auch keine hängen geblieben, dass jetzt in dieser Folge eine Erwerbsregel drin gewesen wäre, ganz genau. Naja, aber es lehnt sich ja sowieso eher an diese klassischen Ferengi aus TNG an und nicht aus DS9. Ja, richtig, es waren eher so die, auch diese, diese Laserpeitsche kam wieder zum Einsatz. Und, ich meine, klar, die ersten Ferengi in dieser, in der ersten Folge, wo die vorkamen und auch später noch, die haben ja mit dem Quark dann gar nichts zu tun. Ich meine, Armin Schimmermann hat ja entscheidenden Einfluss darauf gehabt, wie die Ferengi dann am Ende eigentlich rausgekommen sind, ähnlich wie das Michael Dorn ja auch auf die Klingonen hatte und so weiter und Spock auf Vulkania. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn du da so als, als Schauspieler so gecastet bist und dann halt so da dauerhaft drin bist, so auf ein Alien-Rasse festgelegt, die vorher noch nicht definiert war, dann machst du da halt was draus. Das finde ich toll. also klar passen natürlich die DS9-Ferengis 0,0 zu den ersten Ferengis, die wir in TNG sehen. Aber ich sage mal so, das sind ja auch Dinge, die sich dann teilweise entwickeln müssen. Ich habe nur ein Problem damit, wenn man auf Bestehendes dann praktisch das Ganze wieder negiert. Aber es passt ja dann doch schon wieder, wenn man sagt, ein Texaner ist ja auch nicht gleich ein Norweger. Von daher haben wir ja den Unterschied. Ein Texaner ist kein Norweger. Ja, genau. Das ist schon jetzt der Quote des Podcasts. Ich meine, es ist ja so, man würde jetzt auch nicht einen Kiwi mit einem, mit wem kann man einen Kiwi vergleichen? Mit einem Schweizer vergleichen. Vielleicht doch, das passt doch wieder ganz gut am Ende. Ich glaube, du lässt die Vergleiche jetzt gerade, weil du redest die Vergleiche. Aber letztendlich, die Sache ist ja, meistens in Star Trek-Universen haben wir ja einen anderen Planeten, der eigentlich eine sehr homogene Gesellschaft hat, was wir ja nie waren oder nie gewesen sind. Deshalb finde ich es ganz schön, dass es eigentlich reinpasst, wenn mal irgendwelche Rassen sich anders verhalten, als, also das kann, passt in eine Welt, in eine belebte Welt hinein. Ganz egal. Weiter, nächste Episode. Die war auch schon deutlich gehaltvoller, fand ich. An Embarrassment of Duplers. Während Mariner und Bäumler versuchen auf die angesagteste Sternenflottenparty des Jahres zu gelangen und dabei einmal mehr von Mariners Schilder in der Vergangenheit eingeholt werden, gibt es auf der Serretus ein Problem. Der Botschafter der Duplers, einer Spezies, die sich beim kleinsten Schamgefühl als Verteidigungsmechanismus selbst dupliziert, fühlt sich genau das, nämlich beschämt. Und während das Schiff von peinlich berührten Duplers überschwemmt wird, versuchen Mariner und Bäumler verzweifelt auf eine Party zu kommen. Ja, das war schon deutlich spaßiger. Ja, eine der Highlights für mich definitiv, weil perfekte Besetzung mit Richard Kind, der den Dupler gesprochen hat oder die Dupler. Ich bin ja sowieso großer Fan von ihm. Viele werden ihn dann aus, ich glaube Chaos City war es irgendwie so. Bei Scrubs hat er auch einen, diesen manisch Kranken oder diesen Neurotiker da gespielt. Richard Kind in jeder Rolle, in der man ihn hört oder sieht, erkennt man ihn direkt wieder. Aber jede Rolle ist ihm auch so dermaßen auf den Leib geschrieben. Ganz, ganz großartig. Ich muss sagen, ich musste ihn jetzt gerade googeln, aber nachdem ich jetzt sein Bild gesehen habe, weiß ich, wen du meinst. Ja, der ist wirklich als Voice Actor unterwegs, das große Krabbeln, Cars, Toy Story, Cars 2. Er war aber auch in Sharknado 2 dabei. und hat in Serie mitgespielt, genau, und da als Scrubs in 4 Episoden, dann in der Nanny war er mal dabei, Stargate Atlantis 2 Episoden, aber nirgendwo so dauerhaft, ne, ne, nicht wirklich in Rapunzel die Serie, wow, okay, aber das Gesicht kennt man definitiv. Ja, das Gesicht kennt man und wie gesagt, er hat ja in der, wie hieß es, ich glaube hier in USA Spin City und hier Chaos City, die Serie mit Michael J. Fox hat er mitgespielt, ganz lange. Mhm, ja. Ja, aber wie gesagt, ganz großartig, auch die Idee dahinter, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nach keinem Easter Egg dafür nachgeschaut, haben wir die Dublers schon mal in irgendeiner Art und Weise erwähnt bekommen, ansonsten sind die nämlich eine ganz, ganz tolle Rasse. Ja, ich meine, sie haben natürlich so ein bisschen Tribbles-Anleihen, die sich halt auch vermehren wie verrückt, ne, das ist so praktisch die Tribbles-Episode der Seritos. Ich meine, auf so einer, auf so einer Meta-Ebene könnte man, wenn man jetzt ein bisschen, man muss es gar nicht so viel biegen, wenn man so sagt, naja, denn das so eine Kritik an dem, wie heißt das, Schneeflöckchen-Dasein, Snowflake-Dasein im Grunde genommen ist, dass halt Leute heutzutage bei der kleinsten potenziellen Beleidigung schon völlig an die Decke gehen, dann könnte man das durchaus so interpretieren. Ja, 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 der, die große Kritik des, der Cancel-Culture, ich weiß es nicht. Das, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber vielleicht ein übertriebenem, ein übertriebener Rücksichtnahme vielleicht. Ja, das stimmt. Muss nicht immer alles politisch korrekt sein, obwohl wir das natürlich immer sind, ne? Wir versuchen es zumindest meistens. Ansonsten auch hier schöne Easter Eggs drin, wirklich schöne Easter Eggs, auch wieder abseits von Star Trek zum Beispiel, als Mariner und Bäumler mit den Fahrzeugen durch die Station sausen, dann zählen sie immer die ganzen Läden auf, durch die sie gerade fahren und das hat mich doch sehr erinnert an die Mall-Auto-Verfolgung aus den Blues Brothers. Und als die da durch die Mall fahren, sagt sie nämlich auch, hey, guck mal, das neue Ausmobil ist dieses Jahr früh rausgekommen, Pier 1-Importe, Wahnsinn, hier gibt's alles, ja? Und so ungefähr war das Ganze auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist und wo ich auch nochmal zurückgespult habe und ein Standbild gemacht habe, war bei dem Mann in diesem Pike-Rollstuhl, der mir verdächtig wie Alex Kurtzman aussah. Aber vielleicht will ich das auch nur gesehen haben. Aber ich fand's schön, dass wir mal eine Raumstation in ihrer Fülle gesehen haben. Ich mein, damals war's vielleicht immer so ein bisschen das Budget, was uns daran gehindert hat, auch die Größe einer Raumstation zu begreifen, aber allein die Verfolgungsjahr hat ja gezeigt, dass das nicht nur zwei Korridore sind. Das ist richtig. Ein Quarks war auch wieder zu sehen, ist schon das dritte Quarks im neueren Star Trek-Universum. Bei PK haben wir eins gesehen, ich glaub, bei Lower Decks hatten wir jetzt schon eins und jetzt haben wir noch mal eins. Ja. Ich mein, wieso nicht? Der ist der Perfekte, um das zu ver-franchisen. Hatten wir nicht auch eine Mods-Friseur-Kette? Hatten wir, glaub ich, auch, ne? Ich glaub, das war auch mit PK. Ich glaub, bei PK war das auch. Ich glaub, da gab's auch eine Mods-Friseur-Kette. Apropos Franchise, ist jetzt ein bisschen ein Abseits davon. Weißt du, womit McDonalds eigentlich das Geld machen? Nein, du wirst es mir jetzt mit dem, keine Ahnung, mit dem Merchandise, was für ein Merchandise. Also, definitiv nicht mit Fastfood. Fastfood ist so ein bisschen damit, machen vielleicht die Restaurants. Also, als Gastronom hast du dein meist, machst du dein meistes Geld mit Getränken, aber... McDonalds, das Franchise, macht den meisten Gewinnen mit Immobilien. Mhm. Gutes machen. Weil die viele von diesen Locations, die da an ihre Franchise-Teilnehmer geben, mit extrem hohen Renditen weitervermieten und sich auch immer die perfekten Lagen ausgesucht haben. Also, alles, was die irgendwie über die Franchise-Gebühren oder sowas bekommen, fällt gar nicht so ins Gewicht. Das eigentliche Geld bei denen, die sind richtige Medienmogule. Ich glaube, wenn man so die Immobilienmogule, wenn man so, das war in der Statistik oder in diesem Video zu sehen, wenn man so die größten Immobilienkonzerne nimmt, sind die schon auf Platz sechs oder sieben oder sowas. Okay. Ich weiß, dass vor der Finanzkrise 2008 hat Porsche mehr Geld mit Aktien gemacht als mit Autos. Das weiß ich noch. Und die sind in der Finanzkrise, also in den ganzen Krisen, ja, kriegen die eigentlich ihre eigentlichen Gewinne. Da sind die Gewinner. Klar, wenn du Immobilien hast, klar, dann als so finanzstarker Immobilieneigentümer hast du ja kein Problem, damit irgendwelche Raten zu bezahlen. Also von daher, und danach steigt der Kram. Apropos Raumstation, im Chat wird gerade noch von Mr. Stocky richtig drauf hingewiesen, dass das eine Vanguard-Raumstation war. und da gibt es ja eine tolle Romanreihe dazu, die ich an dieser Stelle noch mal erwähnen möchte mit dem Doktor, Gott, jetzt komme ich wieder auch nicht auf den Namen, Bumba oder irgendwie sowas, der auch in Strange New Worlds jetzt mitspielen wird. Ihr werdet das wissen im Chat, ihr könnt es ganz sicher gleich reinschreiben und kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen. Ansonsten, was hatte ich mir noch notiert zu der Folge? Ja, dass CT Alpha 4 viel schlimmer als CT Alpha 5 ist, obwohl das ja schon ein Kackplanet ist, nämlich der, wo Khan ausgesetzt wurde. Ansonsten ist natürlich die Bar, in der Mariner und Bäumler abhängen, voller Easter Eggs. Also da ist ja alles drin, die Bilder an der Wand, das Modell von dieser Dumpf, Boomsday Machine und von der Phoenix und apropos Modell, wer es noch nicht gesehen hat, unsere Aufzeichnung vom Livestream, vom Bau der Enterprise, ist auch sehr unterhaltsam und wir sind ja in 14 Tagen auf der Fetcon und da gibt es samstags wieder das Nerdquiz und es treten gegeneinander an, wenn ich das kurz einwerfen darf, das Discovery Panel gegen den Starsmuttchen. Wenn ihr den noch nicht kennt, geht mal auf seinen YouTube-Channel, der Kochgerichte aus Star Trek-Folgen nach. Also Starsmuttchen und seine Frau gegen Andreas und seinen Mann, also Sebastian und das wird großer Spaß. Ich hatte es fälschlicherweise als Titelverteidigung angekündigt und hatte völlig vergessen, dass dem Discovery Panel 2019 ja vom Grauen Rad ziemlich der Hintern versohlt wurde, aber der Grauen Rad ist nicht bei der Fetcon. Was soll man machen? Von daher kriegen die also nochmal eine Chance. Genau. Weil du das mit dem Modell sagst, das hat so wunderbar gepasst, die Folge ist einen Tag nach unserem eigenen Modellaufbau gesendet worden, wo ich gedacht habe, hm, das hat jetzt wunderbar gepasst. Weil sie nämlich auch ein DS9-Modell bauen und noch irgendwas, ne? Tandy und Rutherford. War das ein, ne, das war ein California-Class-Schiff, also die haben auch wieder Ah ja, genau, aber ein DS9-Modell hat der Rutherford ja später auch, das hat ihm, glaube ich, die Tandy geschenkt oder sowas, ne? It comes with an Esri and a Judseer. Die Party, auf der man versucht, dann Einlass zu bekommen, ist übrigens auch ein Easter Egg-Festival. Zum einen sehen wir ein Spezies mit ganz vielen Augen, die nicht näher benannt ist, ein Captain und dieses Design war ursprünglich mal für Saru in Discovery vorgesehen und DJ ist der unmögliche Captain O'Kona, falls du dich noch an ihn erinnerst. Das war mal eine TNG-Folge, ich glaube aus der ersten oder zweiten Staffel, ich glaube erste Staffel, wo die Enterprise einen, ja, einen Haudigen, ja, sozusagen, oder wie sagt man, ein, im Englischen ist es ein Swashbuckler, jetzt komme ich gerade nicht aufs deutsche Haudigen, ein Schurken, ja genau, aufnimmt, so einen Han Solo-Typen, der eine geschwängert hat auf einem Planeten, die nicht heiraten will und dann Asyl auf der Enterprise sucht. Da ist die berühmte Szene drin, wo die Enterprise von dem Schiff des Schwiegervaters mit Lasern bedroht wird, was man auf der Brücke der Enterprise mit Irritation zur Kenntnis nimmt, ja. Dass man also es wagt, damit mit Lasern auf die Enterprise zu zielen. Ja. Dann, haben wir, hast du zu der Folge noch was? Nö, das, das wär's eigentlich, hat mir sehr gut gefallen, die Folge, definitiv eines der Highlights dieser Staffel. Ja, es baut wirklich langsam auf und wo ich schon dachte, wo die mich, die Folge mich schon sehr erheitert zurückgelassen hat, ich lache inzwischen übrigens auch bei Lower Decks das ein oder andere Mal, ja, ähm, kam dann mit The Spy Among Us noch eine, die es noch mal einen Ticken gesteigert hat, ja, ähm, nämlich die Friedensmission führt die Cerritos zum Heimatplaneten der Pateleks und diese nimmt allerdings eine unvorhersehbare Wendung als ein Gefangener oder ein Spion auf das Schiff gerät und die diplomatischen Gespräche auf dem Planeten gefährdet. Tandy versucht unterdessen auch aus den schlimmsten Aufgaben noch etwas Positives zu ziehen und gerät diesmal an ihre Grenzen, während sich Bäumler von einem Club der Rothemden, also Red Shirts, dazu verleiten setzt, an seiner Ausstrahlung zu arbeiten, ganz mit dem Fernziel eines Tages einen guten Käpt'n abzugeben. Ja, dieser Club der Red Shirts, der war sehr spaßig. Mhm, ja, das ist, äh, das hat auch wieder, ist auch wieder dieser wunderbare Kommentar auch noch, äh, Richtung, vielleicht der Kurtzman-Ära hin, wo viel geredet wird, aber fast nichts getan. Mhm, äh, wusstest du, dass Red Shirts statistisch gesehen gar nicht die meisten Toten stellen? Nee. Sondern im Verhältnis stehen Gold Shirts, sterben Gold Shirts viel häufiger. Also dafür, dass es viel mehr Red Shirts gibt, sterben in TOS viel weh, also prozentual gesehen sterben, glaube ich, 25 Prozent aller Gold Shirts auf einer Außenmission, aber nur 16 Prozent aller Red Shirts und blau nur vier oder fünf Prozent, also so gut wie nie. und die Schulterpads sind übrigens wirklich, ich müsste mich jetzt umdrehen, hier an den Schrank gehen, um die Uniform rauszuholen, aber Schulterpads sind bei der TNG-Uniform in der Tat ein Thema. Ja. Ja, also ich fand's gut, war jetzt, war für mich jetzt nicht die herausragendste Episode, also die Red Shirt-Geschichte war nett, es war auch wieder nett, dass sie sich wieder mit eher Lower Decks Sachen beschäftigt haben, also mit dem Abfall am Ende, aber nichts, was so dermaßen bei mir hängen geblieben ist. Also ich sag mal so, am Ende blieb halt noch der Streich mit dem Armus hängen, ja, wo man den also nochmal veräppelt hat, war natürlich nochmal so ein, ja, das war schon fast Simpsons-mäßig, fand ich den Humor, ja, das war eigentlich schon so fast Simpsons-mäßig, ja, die ganze Geschichte. Ich meine, es ist zwar generell sehr spaßig, andererseits die Pucklets immer mal wieder zu sehen und wie die einfach der Bösewicht der Staffel sein können oder der Serie, aber dermaßen unfähig in jeder Art und Weise, dass sie es selber selbst nicht hinkriegen, irgendwo einen Spion unterzubringen. Das war doch klar und das spoiler ich schon ein bisschen für ein paar Episoden später, dass die nicht ganz alleine handeln konnten. Eine Continuity, die ich an der Stelle so gar nicht erwartet hätte, aber ja, wirst du jetzt sagen, ein modernes Cartoon, können sowas, ja, trotzdem war es ja bisher schon immer so eine Story of the Week-Geschichte, außer, dass natürlich die Charaktere sich ein bisschen weiterentwickeln, ne, von einer Folge zu anderen. Dann haben wir Folge 7. Where Pleasant Fountains Lie. Eine Gruppe LARPA gründet eine Kolonie und Chefingenieur Billups und Mariah und Beckett und Chefingenieur Billups muss seine Jungfreundlichkeit verlieren, denn er muss König werden. Auf einem unbekannten Planeten müssen Mariner und Bäumler sich gegen eine gefährliche KI namens Agamus wehren. Ähm, also die Folge war echt strange. Die hätte gut bei Futurama reingepasst. Ja, ja, das hatte so wirklich so Futurama-Vibes, in der Tat. Ich war von dem, von dem Sex etwas überrascht. Hätte ich so gar nicht erwartet, also nicht, dass es jetzt explizit wurde, ne, aber, ähm, dass sich eine ganze Folge mehr oder weniger darum dreht, dass da jetzt einer, äh, fast schon, ja, sexuell missbraucht werden und nicht jungfert werden soll, weil er nur dann König werden oder weil er König werden muss, das fand ich schon, ähm, ja, also, krass, irgendwie, ja, dass man da so den prüden Amerikanern so eine ganze Folge zumuten kann. Ich, ich fand es schön und das hat für mich dann wieder die Stärken von Lower Decks gezeigt, dass wir uns auch mal mit einem völligen Nebencharakter beschäftigen, der so gar nicht bisher, äh, auf der Agenda war und ich fand ihn bisher, er war bisher so ein Sidegag, aber hier hat er so ein bisschen Tiefe bekommen, was ich ganz nett fand, da ist wieder diesen Ensemble-Charakter der Serie unterstützt. Und im Gegensatz zu anderen, äh, Serien aus dem neueren Star Trek Universum, äh, sterben hier Charaktere, die einen Namen kriegen und dann mal eine Folge für sich haben, einfach nicht so mal eben, ja, sondern die kriegen halt ein bisschen Backstory und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich weiß nicht, was ich von dieser, ach, das war so ein bisschen, ich, also die, die, die Nummer mit der KI, die fand ich ganz gut, aber diese Lab-Nummer, die, die hat bei mir nicht gezündet. Ja, es war so ein bisschen, ich fand, ich fand, ich musste mich irgendwie an Barclay erinnern, die ganze Zeit, auch wegen, wegen ihm, wie, wie, wie drollig der Billups drauf war. Und wenn, wenn Barclay so eine Vergangenheit gehabt hätte, Lieutenant Barclay, das wäre besonders kurios gewesen, wohin seine Folgen sowieso immer sehr kurios waren. Also das war so eine typische Barclay-Side-Episode. Kurios ist auch, dass die Mutter von Billups in Wirklichkeit auch die Mutter des Sprechers von Billups ist. Ah, okay. Und die betreibt auch, es ist mir jetzt eine Kollegin, die betreibt auch einen Podcast, unter anderem ab und zu über Star Trek. Aber eine sehr, sehr wichtige Sache hier, dass wir einen Star Trek-Urgestein Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja, ja. Weyoun himself. Jeffrey Coons. Ja. Sprich, den Agamus, das ist seine neunte Rolle im Star Trek-Universum und seine 44. Episode überhaupt. Ja. Und das als Gast da, das musst du schon mal hinkriegen. Jeffrey Coons, meine Lieblingsrolle, eigentlich Blunt, FCA. Ja. Ich bleib bei Weyoun. Du bleibst bei Weyoun. Wobei ihn ja viele für diesen Andorianer in Enterprise abfeiern. Auch er hat... Ach so, ja, ja, ist er ja auch, genau. Ja. Auch er hat damit durchaus die Andorianer maßgeblich geprägt, weil so oft und so lange und so häufig haben wir keinen vorher gesehen. Ja. Das stimmt. Ja, stimmt. Der war... Der hatte einen ziemlich langen Arc in Enterprise. Der ist immer wieder vorgekommen. War auch einer der besseren Nebencharaktere dort. Absolut. Ja, das stimmt. Chat wird geschrieben, wird langsam Zeit, dass er irgendwo mal eine Hauptrolle in der Star Trek Serie bekommt. Ja, ganz ehrlich, aber sowas von. Wenn es einer verdient hat, dann Jeffrey Coons. Ich finde es viel verschwendeter, Jeffrey Coons natürlich auch, dass wir immer noch nicht in dieser neuen Inkarnation von Star Trek Michael Dorn bekommen haben. Ja, auch in der Klingonen-Folge nicht, über die wir gleich sprechen werden. Der hat doch, ich meine, soweit ich das aus seiner Historie verstehe, hat er doch lange für die doofe Worf-Serie gekämpft und lassen sie ihn jetzt aus Prinzip nicht mehr mit dran arbeiten oder hat er gesagt, nee, ihr habt mich die ganzen Jahre vorher ignoriert, jetzt ignoriere ich euch. Nee, ich glaube, das ist so wie Obelix und der Zaubertrank. So kommt es mir irgendwie vor, der wird ja immer vorstellig und die sagen dann so, nein, 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 will keiner sehen. Keine Ahnung. Ja, ansonsten noch so ein paar Easter Eggs in der Folge. Die Vision von Agamus' Weltherrschaft, die hat mich sehr erinnert an das Abschlussbild von Das Schwarze Loch, von einem sehr, sehr düsterer Disney-Film, hier an der Stelle nur empfehlen kann, der Black Hole und da gibt es auch einen bösen Roboter, nämlich Maximilian und am Ende sieht man eine, ja, apokalyptische Vision und die sieht dem Ganzen sehr ähnlich, was, was wir hier von Agamus seiner Universumsherrschaft, übrigens etwas, über das wir bei What If dann auch noch reden müssen, über Ultronsherrschaft. Ja. Und am Ende, wenn also die KI überlistet wird, dann landet sie im Daystrom-Institut im Keller neben ganz, ganz vielen anderen verrückten durchgeknallten KIs. Das war auch sehr schön. Das war natürlich auch wirklich sehr spaßig. Ansonsten, ja, meine Zitate, die üblichen hellen 9000, Zitate, ein bisschen Enemy Mine war drin, dann hier, ähm, in der einen Folge, wo Datas Kopf gefunden wird, das ist, glaube ich, diese Mark Twain-Folge und so weiter. Also von daher, da ist ein bisschen was von allem drin. Seitenhiebe auf Kurtzman & Co. sind wir in dieser Folge nicht aufgefallen. Ähm, man spielt natürlich kräftig mit den Landruh-Vibes aus der TOS-Folge, aber, ähm, ja, klassische, klassisches Ding. Diese Lab-Geschichte, wie gesagt, das war was anderes, aber es hat bei mir nicht gezündet. Ich fand's albern. Also, ja, konnte ich nichts mit anfangen. Ja. Aber dann, aber dann, I excretus, ähm, möchtest du wissen, was das heißt? Ich kann's dir als alter Lateiner ja mal sagen. Ja, excretus wird irgendwas mit Exkrementen zu tun haben. Ja, also, Locutus heißt ja der, der spricht und dann heißt excretus entsprechend der, der scheißt. Ach so, von daher geht's schon mal gut los. Ähm, die Folge ist schnell beschrieben, denn die, äh, Crew der Surritos muss verschiedene Übungsmissionen bestehen, um zu beweisen, dass sie es noch drauf haben. Der Clou an der Sache, die ganzen Übungsmissionen bestehen aus Starfleet-Missionen vergangener Serien und Filme. Knaller, Knaller, allein die Idee. Mega. Dann gab's diese Anzeigetafel, wo dann auch noch die Folgennamen alle draufstanden. Wunderbar. Total gut gemacht. Also, ich hatte Spaß. Vor allen Dingen hatte man dadurch so dermaßen viele Versatzstücke, die zu einem großen Ganzen zusammengekommen sind, ähm, auch noch mit Sinn. Das hat Spaß gemacht. Was hatten wir? Wir hatten eine Mirror-Folge. Wir hatten eine, diese, äh, Western-Folge aus TOS. Wobei, es gibt ja auch in TNG, gibt's ja auch mal eine Western-Folge. Dann hatten wir, ähm, die TOS-Folge Naked Time, beziehungsweise die TNG-Folge Naked Now, wo die alle betrunken werden. Ja. Dann hatten wir eine Borg-Folge. Da müssen wir gleich noch drauf reden. Ähm, die Borg-Königin gesprochen von Alice Creek. Ja. Ja. Wie geil, ja. Die durfte dran. Super. Ja. Die durfte dran. Jetzt bei Picard darf sie nicht mehr ran. Why? Ja. Die hätt's bestimmt gemacht. Ja. Dann haben wir, äh, eine Parodie auf die, ähm, Ethics-TNG-Folge mit Worf, dem sein Rückgrat gebrochen wird. Wir haben Wrath of Khan drin mit Two, ähm, äh, wir haben am Ende noch, ähm, die Sorithos muss, äh, die, das, das Schiff stehlen und Spock auf Genesis retten. Also, großartig. Einfach nur großartig. Was soll ich, was soll ich sagen? Es hat einfach Spaß gemacht. Vor allem fand ich es so witzig, mich hat der Bäubler mich zu 100% so dran erinnert, wie so an so Spieler, die bei Assassin's Creed auch alles brauchen. Ja. Ja. Ich, ich, ich glaube, ich rede ja mit so ein. Nein, du, ne, bei Assassin's Creed weiß ich nicht, aber du hast mir ja letztens gesagt, dass du bei Super Mario Odyssey 100% erreicht hast. Also, Super Mario-Spiele habe ich nicht durchgespielt, wenn ich nicht alle Sterne habe und alle Geheimnisse entdeckt. Aber, das passt so wunderbar wieder dazu, habe ich eben noch gepostet bei, äh, bei Instagram. Kennst du noch diese alten Wasserspiele, wo man Kringel versucht hat, auch was drauf zu, äh, zu, mit Luft zu machen? Ja, wo du so, so, so Knöpfe hast und dann mit dem, ja, ja, ja. Ja, äh, hat meine Tochter, ähm, in Form von einer Konsole bekommen, hat sie irgendwann das, äh, Gehäuse zerstört und irgendwie saß ich dann eben davor und konnte nicht aufhören und konnte nicht aufhören und ich hab's am Ende geschafft, alle fucking Ringe da oben auf die Tinger drauf zu manövrieren und, wow, Ultimate Offline Game. Also, was, äh, solche Sachen reizen mich ja. Sowas muss ich ja dann durchexerzieren. Vielleicht nicht ganz so, äh, äh, krass, also, so ein Breath of the Wild durchzocken mit allen Sachen ist schon ganz krass, aber zumindest bei sowas die klassischen Mario-Spiele und ein paar Games, die mich so, so reinziehen, ähm, da hab ich's, da muss ich ja 100% bekommen. Okay, nee, das, das hab ich nicht. Also, da bin ich wirklich, äh, Pareto-Prinzip, ne? Also, ich muss jetzt wirklich, ich hab jetzt, ich bin jetzt so in dem, im Late Game bei, ähm, bei Odyssey, also, ich hab's jetzt schon durch. Ich müsste jetzt noch mal diese fünf Endgegner am Stück, was halt echt heftig ist, weil du zwischendurch zumindest nach den ersten dreien, weiter hab ich's ja nicht geschafft, dich nicht noch mal heilen kannst oder so. Ähm, das heißt, du musst die in einem Rutsch durchschaffen und wenn du, äh, drauf gehst, musst du von vorne anfangen. Das fand ich bisher einen Ticken frustig, aber ich hab jetzt 500 Monde gibt's und ich hab jetzt irgendwie 410 oder sowas. Und jetzt merk ich aber auch, wie meine Motivation so langsam, also ich glaube nicht, dass ich mir die letzten 90 auch noch suche. Ja, das Spiel muss es auch unterstützen. Das Spiel muss auch gut genug dafür sein, dass man Bock hat, den Rest durchzuzocken. Ähm, was zum Beispiel wieder diese, die alle Mario-Spiele wunderbar hinbekommen, weil man hat auch definitiv einen Endpunkt, den man erreichen kann, wo man dann fertig ist. Man kann da zwar weiterspielen, wenn man möchte, aber hat alles entdeckt und alles gemacht. Das liebe ich an dem Spiel, wenn ich das zu diesem Punkt kommen kann, weil dann hab ich ein Ziel, auf was ich zuarbeiten kann, auch vor allem den Jump'n'Runs. Wenn du dir mal auf, äh, auf der Switch oder auf der Playsee Rayman Legends durchspielst, ähm, da gibt es diese Musiklevel, die tierisch viel Spaß machen, wo du im Takt das machen musst. Und im Endgame von Rayman Legends packen die da noch einen drauf und machen diese Musiklevel so schwer, dass du teilweise wirklich auswendig lernen musst, du könntest die, wenn du die durchgespielt hast, dann auch blind spielen, weil du im Takt das machen musst. Und das ist auch eines dieser Spiele, die super hart waren, aber das hat mich aus irgendeinem Grund ganz krass motiviert, das komplett durchzuzocken. Ich kann's verstehen und ich find für meine Verhältnisse 410 Sterne schon ziemlich viel. ähm, das einzige Spiel, was ich auch nicht 100 Prozent, aber nah dran war GoldenEye auf dem N64. Da brauchte man, boah, ich weiß nicht mehr genau, ging's da drum, Oddshop freizuschalten? Weiß ich nicht mehr genau. Du musstest die Moonraker-Mission in der bestimmten Zeit schaffen. Zwölf Minuten oder irgendwie sowas. Und das war echt, also da musste, jeder Schuss musste ein Headshot sein, sonst, und du durfst es nicht einmal irgendwie an irgendwo einer Kante hängenbleiben oder sonst irgendwie, um dann, da bin ich also mehrmals um wenige Hundertstel dran gescheitert, bis ich's dann irgendwo mal durchgespielt hab. Und ich glaube man, das Einzige, was es gab, oder hatte man dann die Golden Gun, also natürlich verhältnismäßig irgendwie komplett Pille-Palle, aber das war so das Einzige mal, wo ich wirklich so, also bei Assassin's Creed kann ich's ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, bin ich da auf manchen sehen, dass wir das zu 100 Prozent durchgespielt haben. Aber gut, so ist halt jeder anders. Also, zurück aber ein bisschen zur Folge, also wir sind drauf gekommen, auch so über die Borg und den Eifer von Mariner, von Boiler, da 100 Prozent zu kriegen. Und das war wirklich schon sehr spaßig. Ja, das ist, auch wie er am Ende da wieder rauskommt, es ist, einerseits ist es ein großes Drama, aber andererseits ist es auch sehr clever gemacht und sie sind trotzdem in ihrer, es ist trotzdem in einer gewissen Leichtigkeit. Also, die Serie schafft für mich so das Kunststück zwischen Comedy und Drama in solchen Episoden und das mag ich so gerne, wenn vor allem die Comedy-Serien das schaffen. Beispielsweise, wir hatten eben schon Scrubs kurz erwähnt, Scrubs war für mich eine der Serien, die in ganz, ganz vielen Folgen genau diese Gratwanderung zwischen Comedy und Drama hinbekommen haben und Lower Decks schafft für mich das schon echt gut in solchen Episoden das hinzubekommen. Und das macht es ja so schlimm, es zu gucken, weil das so schöne Folgen wären mit, ich hab mich, das glaube ich in der Sprachnachricht zur ersten Staffel euch schon mal gesagt und ich kann mich hier nur wiederholen und es wird halt nicht besser. Eigentlich hasse ich es, weil es so gut ist und weil ich mir diese Geschichten einfach mal in real wünschen würde und nochmal, ich hab mich schon öfter wiederholt an der Stelle, aber ich sag's nochmal, ich hoffe wirklich, dass es Strange New Worlds hinkriegt, das zu tun, auch wenn ich mich da halt frage, warum muss es wieder in einer Zeit sein, die wieder so viele Implikationen auf den Rest des Canons hätte, ja, also warum nicht einfach 20 Jahre nach Picard und alles wäre easy peasy, muss ja nicht gleich 900 Jahre sein, aber gut. Ja, merken sie dann wieder nach Staffel 2, dass sie doch was anderes machen müssen und dann gibt's eine Expanse, die am Ende wieder verschwindet und solche Sachen. Also, ja, klar. Ich werd's an dieser Stelle nicht erwähnen, aber freut euch schon mal drauf, ich bereite gerade einen längeren Essay über Missstände in klassischen Franchises vor und auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das Fähnchen nach dem Wind drehen, wird da ein Thema sein. Wird noch ein bisschen dauern, wird, glaube ich, ein bisschen umfangreicher werden, aber da schreibe ich mir mal ein bisschen Frust von der Seele. Nach dem Bond-Film letztens musste das sein. Die zweistündige Therapiestunde, die hast du ja leider nicht mitmachen können. Ja, ich konnte leider auch gar nicht zuhören. Ich muss demnächst noch mal wieder reinhören, was ihr da so besprochen habt. Wäre ich gerne dabei gewesen. Hätte ich wahrscheinlich sogar noch eine andere. Wie war's denn? Habt ihr euch gegenseitig ausgesprochen? Wart ihr der gleichen Meinung? Ja, also es war schon eine Therapiesitzung der anonymen James-Bond-Freunde. Okay. Definitiv. Ich weiß, und das könnt ihr, also es waren ja zu Gast Holger und Mario von Massengeschmack TV, vielleicht einen ganz, ganz kurzen Exkurs. Also wir waren uns drei alle einig, das war großer Kappes, mehr sage ich dazu nicht, hört euch den Cast an. Aber der ausschlaggebende Grund, warum ich jetzt mal das runterschreibe, war dann ein Zitat, bei Pantoffelkino TV, also der YouTube-Sendung von Holger und Mario über Filme, wo sie dann auch eine Diskussion über den James-Bond-Film hatten und einer der Kollegen, die da saß, dann eben sagte so, ach, er fand den Film halt ganz erfrischend und er wisse gar nicht, was diese Bond-Autisten jetzt alle wieder haben. Das war doch eine super Sache, aber er macht sich ja auch nicht viel aus Bond. So. Und das ist halt genau so diese Attitude, wo ich mir a denke, fuck you, ja, was soll das mit dem Bond-Autisten und wenn du dir doch eh nichts draus machst, dann hätte man dir doch auch 0815-Bond der üblichen Machart vorsetzen können, wärst du doch auch zufrieden gewesen. und davon ausgehend habe ich mir mal gedacht, okay, und warum sind Franchises heute so, wie sie sind? Wird eine längere Geschichte, freut euch drauf, werdet ihr auf unseren sozialen Medien mitkriegen, aber das ist so ein Punkt, das ist hängen geblieben und so, ja, ich fand das ganz erfrischend, aber mir ist es ja eigentlich auch total wurscht und was so diese Bond-Autisten da, und genau das gleiche hast du ja bei Star Trek im Grunde genommen auch, ja, du hast halt so viele Leute, die eigentlich achselzucken daneben sitzen, wenn halt Star Trek-Fans sich aufregen und dann fragst du halt so ein bisschen nach, jo, ah ja, ich hab auch mal reingeguckt, ja, und dann denke ich mir so, also das soll jetzt hier nicht Gatekeeping sein, so nach dem Motto, du darfst nicht mitreden, das will ich damit nicht sagen, sondern es ist... Es ist eher die Trauer nach dem Verschenkenpotenzial. Ja, weil den Leuten wäre es sowieso wurscht, was sie gucken, denen wäre es eh egal, die würden es halt gucken oder nicht gucken und es wäre ihnen sowieso wurscht, was sie gucken, aber uns Fans wird es halt kaputt gemacht um das kaputt... oder anders gemacht um das Anderssein-Willens und dieses Anderssein, das hat halt keinerlei tiefere Begründung, es will halt nur anders sein, weil es anders sein will, aber es gibt keinen Sinn dahinter. Ich glaube, bei Star Trek ist eher das Problem, ich meine, da können wir noch ganz stark abschweifen, dass die versuchen unter Kurtzman ein so großes Franchise zu sein, wie es Abrams mit seinen Filmen versucht hat, also den Massengeschmack zu erreichen in dem Fall, was sie durchaus schaffen mit den ganzen Serien, aber dadurch ihre Fanbase vernachlässigen, die eigentlich ursprünglich das Franchise mal aufgebaut hat, um die schnelle Kohle zu machen. Exakt, exakt, das ist es und noch ein paar Dinge mehr, genau darum wird es nämlich gehen, dass das meiner Meinung nach sehr kurzfristig gedacht ist und dass man halt Dinge, die ein Franchise und es ist ja, es gilt ja für alle, nimm Star Wars, nimm Star Trek, jetzt hat es James Bond erwischt, Ghostbusters müssen wir noch abmalen, aber Ghostbusters hatte es ja auch schon, ja, gucken wie der neue wird und ich sage dir, Indiana Jones wird der nächste sein, Alien auch, you name it, ja, die einfach, wo Menschen dran sind, die meiner Meinung nach, ich wundere mich einfach, wie das geht, nicht verstanden haben, worum es geht, aber auf der anderen Seite hast du dann auch Menschen, wie zum Beispiel J.J. Abrams, der dann eben sagt, ja, er war ja nie ein großer Star Trek Fan, ja, er war eher Star Wars Fan, gut, das hat er auch nicht verstanden oder bei Quantum of Trost, Mark Forster, der sich halt hinstellt und sagt, oh, ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bock, einen Bond-Film zu machen, ja, dann mach ihn halt nicht, Arschloch, ja, und, ähm, es kann gut gehen, es kann gut gehen, dass jemand Fremdes, äh, an so ein Franchise herangelassen wird, es muss nicht gut gehen, aber man darf das halt, solange der Kern des Ganzen noch irgendwie da ist, man kann ab, das hatte mein, meiner Meinung nach, äh, zum Beispiel der, äh, durchaus der erste Star Trek vom JJ und dann wieder der dritte hat sich ein bisschen darauf zurück besonnen. Beide haben so ein bisschen den Kern des Ganzen, äh, erfasst, es aber versucht, in was Neues rüberzubringen, das ist übrigens auch mein, ähm, Force Awakens weiterhin, finde ich, hat es versucht, aber dann, was darauf kam, ähm, diese konsequente Weiterentwicklung auf Basis dessen, was war, ist dann in der Richtung abgedriftet, die dann eher ins Kommerzielle gegangen, äh, ist aber nicht auf die Werte, die das Franchise irgendwann mal hatte, zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, ja, und, 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 und bei, bei jedem Franchise kommst du heute betrübt aus dem Kino, ich meine, ganz ehrlich, gerade bei Bond bist du eigentlich doch immer gut gelaunt aus dem Kino rausgekommen, sollte man zumindest gut gelaunt, er hat am Ende den Bösen besiegt und das Mädchen gekriegt, so, ja, und, und that's it, und jetzt kommst du seit fünf Filmen, kommst du also schlecht gelaunt aus dem Kino raus, und du kommst ja nicht nur bei, bei James Bond schlecht gelaunt aus dem Kino raus, die sind ja überall mies drauf, ja, Luke hat keinen Bock mehr, Luke zu sein, ja, ähm, äh, Indiana Jones hat keinen Bock mehr, Indiana Jones zu sein, Kirk sagt bei Star Trek Beyond sogar, dass ihm to boldly go where no one has gone before sogar explizit auf den Sack geht und er überhaupt keinen Bock mehr drauf hat, ja, ich hab, wir haben dann mal in dem, in dem Cast zusammengezählt, in fünf Filmen quittiert, äh, Craigs Bond dreimal den Dienst, ja, ja, die haben sich ab Skyfall halt einfach in eine, äh, in eine Ecke geschrieben, aus der sie nicht mehr rausgekommen sind. Und das ist halt bitter, denn, und das war mir gar nicht bewusst, äh, eigentlich, im Grunde genommen, könnt ihr jetzt hier noch den, den, den Podcast, aber so viel sag ich noch eben, weil du, dir es vielleicht auch nicht bewusst war, mir war es nicht bewusst, dass das Autoren-Duo, das, äh, die, äh, das jetzt hier No Time To Die geschrieben hat, alle anderen fünf auch geschrieben hat. Ja, ich weiß, dass da immer ein paar dahinter hängen, die, äh, die dafür verantwortlich sind. Und dann frage ich mich ernsthaft, wie da so ein Clusterfuck bei rauskommen kann, wenn da immer die gleichen Leute am Ruder waren. Ähm, ja, klar, weil man halt auch Quent of Solis angefangen hat, ohne dass das Drehbuch fertig war, halt auch so eine Nummer, ne? Ja, sagen wir mal so, aber dafür hätte ich dabei sein müssen. Ich bin nicht ganz eurer Meinung, ich glaube schon, dass man ein Bond gut in diese Richtung bringen konnte, aber dann auf der Strecke ein paar Sachen vergeigt hat. Ich fand das Ende jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Es war so ein bisschen eine abgeschlossene Saga für Craig an sich. Ja, wir haben im Kino drüber gesprochen, dass man diese Saga hätte auch anders abschließen können. Ähm, ohne dass wir jetzt für Leute spoilern, die den noch nicht gesehen haben. Ähm, ich fand, das grobe Ganze fand ich okay, nur haben sie, waren sie sich dann genau wie bei Star Wars in der neuen Trilogie einfach nicht einig, auf welchem Wege sie dann am Ende da hinkommen wollten oder konnten, weil sie auch nicht damit gerechnet haben, dass dann Craig vielleicht doch noch einen draufsetzt oder nicht. Ähm, Daniel Craig als Bond finde ich immer noch geil. Ja, absolut, da waren wir uns auch einig. Er hat super gemacht, die Filme, man müsste eigentlich so einen Supercut aus den Filmen machen, wo man die Scheiße wieder rausschneidet, wie bei den Hobbit-Filmen. Gibt's ja auch die Ferien-Supercut, weil da drin sind durchaus gute Filme. Absolut, absolut. So, genug von Bond, zurück zu Lower Decks. Kleiner Exkurs, wie gesagt, hört euch einfach unseren fast zweinstündigen Podcast zu James Bond, No Time to Die an. Der ist aber voll mit Spoilern. So, also Folge 8, sind wir der Meinung, war schon mal, ganz viele Daumen nach oben. Und dann haben sie noch einen draufgesetzt. Ja. Nämlich mit Watsch-Datsch, ja, Klingonisch für drei Schiffe, Folge 9. Und zwar im Grunde genommen nichts anderes als Lower Decks auf Klingonischen, vulkanischen Packlets und Borgschiffen. Und wir kriegen raus, dass die Klingonen versuchen, einen Krieg zwischen der Föderation und den Padlets auszulösen. Bester Gag der Folge am Ende. Greif ich gleich mal vorweg, ja, das war, das war, das war, das war der beste Gag, ja, Borgschiff, Lower Decks und dann, dann siehst du nur diese Drohnen. Großartig. Ganz großartig. Am Ende würden sie vielleicht doch irgendeinen kleinen, zumindestens eine Münze, die runterfällt oder so machen. Ich dachte auch, einer zuckt vielleicht so kurz mit dem Finger oder so irgendwas. Ja, nee. Großartig. Zweitbester Gag von Schex, als er beim Töpfern auf Bajor angesprochen wird. Und dann völlig an die Decke geht. Glaubst du, wir haben im Widerstand Zeit gehabt dafür? Das war auch wunderbar. Das war auch wirklich, also das waren so meine zwei, Highlights, Gags aus, aus dieser Folge. Was waren denn deine? Ähm, definitiv der, äh, der Borg-Gag und ich glaube, die Vulkania-Sache fand ich ziemlich geil. Ähm, wo, wo sie die ganze Zeit darauf angesprochen wird, dass sie einfach zu emotional für dieses Schiff ist, weil die letzten Serien, wo wir immer Vulkania in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben, waren es mit Tepol und, äh, jetzt mit der ganzen Michael-Geschichte, waren es am Ende immer wirklich sehr emotionale Charaktere, die völlig aus dem rausbrechen, was ein Vulkania eigentlich sein soll. Okay, Michael ist jetzt keine Vulkanierin, aber wurde in der, äh, Hinsicht erzogen. Und, ähm, hier sind mal wieder die Vulkania, wie sie sein sollen. Völlig emotionslos, auch wenn im Hintergrund definitiv Emotionen brodeln und selbst die eine von den Lower Decks, die so ein bisschen aus dem Ganzen heraussticht und ich glaube, dass sie ja, äh, der Cerritos beitreten wird in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja. Ähm, ist, ist selbst für die Verhältnisse, die wir aus den, den, den anderen Serien, in vielen anderen Serien in den letzten Jahrzehnten bekommen haben, immer noch so dermaßen stocksteif, was einfach wunderbar gemacht wurde. Ja, ich bin auch der Meinung, dass, äh, Tay Lin war, glaube ich, ihr Name. Die werden wir in der nächsten Staffel auf der Cerritos sehen, bin ich mir ziemlich sicher. Was auch Sinn macht, weil Vulkania fehlt irgendwie noch und das könnte auch so ein schöner, schöner Kontrapunkt sein, äh, dass in dieser chaotischen Crew jetzt halt ein Vulkania da drauf kommt, ja. Also selbst, selbst die für ihre Zwecke oder ihre Verhältnisse oder für vulkanische Verhältnisse schon chaotische, äh, auf dem Schiff, äh, die dreht ja völlig am Rad. Also das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Ob das über eine ganze Staffel trägt, der Gag, muss man mal gucken, aber zumindest, äh, die Einführung von ihr auf dem Schiff könnte ich mir sehr spaßig vorstellen. Achso, doch, einen Witz hatte ich, der mir jetzt noch wieder, äh, reinkam. Ähm, das Thema Replikatoren und dass es dann am Ende doch Köche gibt. Äh, was waren das noch mal? Also Zitat, Zitat, Moment, wo, wo hab ich's, ähm, äh, we have replicators, why is there a chef? That's just shady. Sorry, ja. Und ja, das, ich find's schön, wie Lower Decks immer wieder die interne Logik dieser, dieses Franchises hinterfragt, ohne es allzu ins Lächerliche zu ziehen, sondern, äh, dass man diese Detailverliebtheit erkennt und merkt, die bei den Machern dahinter sind, dass sie sich bewusst sind, ja, es gibt sowas, aber deshalb lieben wir das Franchise. Ja, die haben Replikatoren, aber die Replikatoren können doch theoretisch das perfekte Rezept machen, wieso braucht man dann noch einen Koch dafür? Ich hab mir das bei Undiscovered Country so wegerklärt, das ist ja das einzige Mal meines Wissens, wo man wirklich die Küche sieht, ähm, dass halt für festliche Anlässe halt echt gekocht wird, so hab ich mir das immer wegerklärt. Ja, es wird ja auch öfters gesagt, dass Replikatoren-Essen einfach nicht so schmeckt wie richtiges Essen und so weiter, aber, sagen wir mal ganz ehrlich, das Ding wird aus, äh, die Atome werden zusammengesetzt, um das wie richtiges Essen machen zu lassen. Wir wissen seit PK oder Discovery, wissen wir doch, dass Replikatoren-Essen aus Exkrementen gemacht wird. Ja. Ja. Hast du vergessen? Aber es ist so, die fressen scheiße. Die fressen scheiße. Ihre eigene Scheiße. Aber letztendlich das Prinzip, die, Aritus. Ja, Ex. Prinzip ist, Atome werden neu angeordnet, egal woher es kommt. Und wenn man weiß, wie so ein perfektes Spiegelei aufgebaut ist, dann kann man doch ein perfektes Spiegelei replizieren. Ja, der neueste Gag unter Veganern ist ja, nicht Veganern ihr Frühstücksei zu vermiesen, dem die sagen, das ist Menstruation. Okay. Ja, Hühner-Menstruation. Ja, das ist so, der neueste Gag. Ich suche jetzt gerade mal hier meinen Pada-Pum raus. Aber ist so. Gut, Stimmung, Stimmung erfolgreich in den Keller gezogen. Ich gucke, was gerade ich finde noch. Na gut, das Ding ist, lass uns kurz über die Klingonen reden. Klingonen, wie wir sie, also beide, sowohl die Vulkanier als auch die Klingonen waren so richtig schön klischee-klassisch. Es war eine Freude. Ja, es war wirklich eine Freude. Das ist Klingonen-Schiff, ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten in irgendeiner anderen Serie oder so, weiß ich gar nicht mehr. Es macht halt wenig Sinn, dass so eine Gesellschaft so existiert, weil sie würde nicht lange, ich glaube, wir hatten bei Discovery und dem Mirror Universe drüber gesprochen, dass halt Militär so nicht funktionieren kann, wenn jeder jeden killen kann, um sich befördern zu lassen. Es würde nicht lang dauern, aber so funktioniert, es wird auch wieder schön. Shakespeare zitiert, ja, mit Cry Havoc and Let's Live the Dogs of War hat auch General Chang, aka, war das Christopher Plummer, ja, gesagt, in Undiscovered Country und dann bekommt, glaube ich, auch die Tillin von ihrem Captain einen Satz an den Kopf geschmissen oder sagt sie das? Logic is the beginning of wisdom, not the end, ich glaube, das sagt der Captain und das ist auch ein Spruch, den Spock zu Valerius sagt, auch in Undiscovered Country, also hier ist Undiscovered Country Vibes aber sowas von, ja, 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 immer noch einer meiner Lieblings, also wenn ich sogar mit First Contact mein Lieblings Star Trek Film. Ja, aber ich fand's schön, die Klingonen, ich mein, sie haben's ja auch in, sie haben ja eine ähnliche Rolle in DS9 am Ende gehabt, wo sie, ähm, sich mit dem Dominium verbündet haben quasi und den anderen in den Rücken gefallen sind und nichts anderes ist es ja hier, ich mein, die Klingonen sind halt keine, sind zwar eine Art geeintes Volk in dieser Zeitlinie, in dieser Zeit, aber letztendlich ist es auch eine sehr instabile Situation, die immer im, äh, Klingonischen Imperium da geherrscht hat und, ähm, deshalb fand ich's wunderbar, dass auch wieder hier das einzelne, einzelne Wegweiser, äh, unter den Klingonen doch eine ganze, eine ganze Galaxie, eine ganze Galaxis in, äh, ins Chaos stürzen können. Vor allem, wenn man sich dann noch drüber lustig macht, über die Idioten von den Wissenschaftsschiffen, ist halt auch so was, ne, also auch so eine, wir kennen ja von den Klingonen im Grunde genommen nur die Kämpfer, ich glaube, es gibt ein oder zwei Folgen, wo man klingonische Wissenschaftler sieht und, und die werden auch dann nur gemobbt. Ja. die werden halt dann grundsätzlich einfach nur gemobbt. Äh, deswegen ist auch so ein, so ein Ding, dass ich eigentlich dann so ne, so ne, äh, Gesellschaft gar nicht entwickeln kann. Ja, und dann haben wir jetzt noch eine Folge vor uns, eigentlich ein bisschen unglücklich, dass wir dann irgendwie noch eine Folge besprechen müssen, aber okay, ähm, so be it. Äh, eine Frage, die ich mich gestellt habe, die werde ich jetzt dann nochmal zurück, die werden wir jetzt nicht beantworten, was passiert eigentlich mit den ganzen Fenrichen in der dritten Staffel, wenn die dann jetzt so 10 Junior Grade, können wir uns aber später drüber unterhalten. Eine Folge haben wir noch, am Freitag kommt sie raus und wir gucken mal, dass wir vielleicht nicht ganz so, wir könnten es irgendwie auf der, auf der Fettcon aufnehmen. Ja. Da sind ja genug Leute rum. Dann fragen wir da vielleicht ein bisschen. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, es wird sicherlich, ich, es wäre natürlich lustig, wenn sie die Lower Decks alle die ganze Zeit immer wieder zurück degradieren würden, im, aber Next Generation, hieß ja auch in sieben Staffeln weiterhin Next Generation, wo sie es längst nicht mehr waren, so ungefähr. Ich glaube, der Einzige, der immer Fenrich bleibt, ist halt Harry Kim. Ja. Der ist halt sieben Jahre lang Fenrich. Ja. Ist halt, ist halt dumm gelaufen für ihn. Ja, das glaube ich, soweit erstmal unsere Recaps für die Folgen. Und jetzt müssen wir natürlich noch über den Elefanten im Raum sprechen, weswegen wahrscheinlich auch der Chat bis jetzt ausgehalten hat und ausgeharrt hat. Wir werden, äh, ja, sag du's. Komm, sag du's. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich glaube, der ist im Rahmen der New York Comic Con rausgekommen, ne? ist quasi der, von allen anderen Serien, die später rauskommen, haben wir eher Trailer bekommen als von Discovery, die jetzt als nächstes rauskommen. Vielleicht auch aus gutem Grund, was uns da denn geboten wird. Weil, es ist eigentlich, es hat sich mal wieder nichts verändert. Wie Bäumler es in der einen Folge sagt, äh, ich muss das die Tag gleich nochmal raussuchen, es sind heavy serialized stories, die mich am Ende mit einem Twist wieder meine Realität in Frage stellen lassen. So fühlt sich der Trailer direkt wieder an. Naja, um ehrlich zu sein, das, was dieses Bäumler Zitat, was du meinst, ich hab's gerade mal, mal aufgezuholt, ist ja, Das ist ja nicht auf den neuen Kram bezogen, denn das sind ja weder komplexe Charaktere, noch irgendwie heavy serialized, vielleicht schon, aber Mindblowing, das gibt's ja nicht. Das hat er ja über das alte Zeug gesagt, über die Titan Crew und Co. Das ist ja ganz klar ein Wink mit dem Zaunpfahl auf das, was Star Trek versucht, in den anderen Serien zu sein. Es heißt ja nicht, dass es sind, aber das ist so, wie sie sich versuchen, darzustellen, als sehr komplexe Charaktere mit sehr viel Tiefgang, die, äh, dauernd irgendwelche Weltenden, ähm, verhindern müssen, um dann am Ende doch das Kind rauszufinden, was alles verursacht hat und sich deshalb fragen, ist das überhaupt noch das, was ich haben will? Keine Ahnung. Es ist ja, es ist ja so, es ist so, wie Star Trek heutzutage in Discovery und Co. verkauft wird, ähm, aber was wir eigentlich gar nicht mehr wollen davon, weil wir es jetzt in wie vielen Staffeln, das ist jetzt die vierte Staffel Discovery, und immer das Gleiche am Ende. Die zweite Staffel PK wird auch genau das Gleiche am Ende sein. Und, äh, äh, ja. Ja, also ich hab mal die Checkliste abgehakt, ähm, Warp in Trümmerfeld, check, ultimative Auslöschung, check, Discovery kaputt, check, check, seltsame Anomalie, check, Catchphrase, check, Befehlsverweigerung, check, irgendeins der Worte Hope, Future, Fate oder Destiny, check, und wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Das einzige, was auf meiner Liste gefehlt hat, war Michael Weint. Das war nicht im Trailer zu sehen. Kann sie jetzt wahrscheinlich als Captain nicht mehr so machen. Dafür, dafür guckt der Book die ganze Zeit leidend. Ja. Aber, also fünf, fünf Lichtjahre großer Anomalie, die aussieht wie Viger. Ähm, ja, aber siehst du das, selbst das hier, ich, ich mein, das Ding, dass die, äh, mit diesem Red Angel, den sie da hatten, das war noch einigermaßen klar kommuniziert, dass sie 9000 Jahre in die Zukunft, oder 1000 Jahre in die Zukunft geflogen sind, kann man auch noch kommunizieren. Aber jetzt wieder so, wieder so eine dumme Anomalie. Also wirklich, es ist wirklich nur eine Anomalie. Es ist, als ob ja irgendwer im Writers Room da, äh, gesessen hätte und, oh lass uns mal wieder eine Anomalie in der nächsten Stadt. Ja, ich glaube diesmal, diesmal ist es, diesmal ist es ein ganz böser Willen dahinter. Die wollen uns da nur auf eine falsche Fährte locken. Es sind bestimmt die Borg. Hm, Oder die Romulaner. Oder sonst irgendein Unsinn. Sonst fällt ihnen ja nichts ein. Ich glaube mal, diesmal kommen sie irgendwie um die Ecke mit, mit so einem Kram. Und, ähm, ja, ich, ich schiebe mal gerade eben ein Bild, ähm, über mein Bild, ähm, damit bitte auch der Chat mir mal jetzt sagen kann, ob nur ich diese Rejo-Vibes hatte oder ob, ob die, ob ihr die alle hattet. Moment mal, hier muss ich gerade mal gucken, wie das, ich kriege das Bild hier da rüber, so hier, ähm, ich schiebe das mal gräben bei mir rüber, das ist jetzt glaube ich gerade hier so das, das Einfachste. Ach nee, warte mal, ich kann ja eben schon hier mal meinen Bildschirm, kann ich dir jetzt teilen. Ah, egal, sucht einfach mal Veja Star Trek und dann findet ihr in den, ähm, dann findet ihr, ähm, hier ein Bild von so einem, ja, Fisch-mäßigen Auge und das, das sieht halt schon extremst so aus, wie, wie das, was, ähm, ähm, was, was wir da so gesehen haben. Also es ist, äh, es ist wirklich, ich weiß es, ich weiß es einfach nicht. Ganz ehrlich, dass die Ferengi jetzt so aussehen, wie sie aussehen, ganz ehrlich, das war für mich noch das, das wenigste. Ich meine, der guckt selten dämlich aus der Wäsche, ja, äh, deswegen habe ich das Bild auch benutzt für, für einen Tweet, wir, als wir den Star Trek Discovery Trailer geguckt haben, ähm, der kann ja noch so ein Mischling sein. Ich meine, die Präsidentin der Föderation ist ja jetzt auch, ein Drittel, hat die Schauspielerin gesagt, ne, ein Drittel Karasianer, ein Drittel, Karasianer und ein Drittel Mensch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ja, weil eigentlich gehören für, also zum Babys machen zwei, aber hey, keine Ahnung, wie man ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel sein kann, aber, weiß ich nicht, vielleicht geht's, vielleicht gibt's irgendwelche, ähm, Genmenschen, die sich da draußen auskennen, Biologen, die mir uns das mal sagen können, ob das irgendwie geht. Ich wüsste jetzt gerade nicht wie, aber okay. Ähm, dann, ich meine, dann haben wir, Saru kommt wieder, David Cronenberg kommt wieder, äh, dann haben wir, Nivar kommt wieder, Gabriel Burnen kommt wieder, Admiral Vance, also, sind halt alle wieder dabei, ja, ähm, ja, Buck ist dabei, dann haben wir wieder, das hab ich in meiner Checkliste vergessen, Menschen fliegen in Raumanzügen um Schiffe rum, auch wieder, weil, sieht immer gut aus, ja, ich versteh das einfach nicht, aber es kommt ja gut an, es kommt ja gut an, die Quoten geben ihnen recht anscheinend, äh, äh, die Finanzen geben ihnen recht, äh, äh, Mr. Kurtzman hat ja jetzt seine Fünf-Jahres-Mission bekommen, nochmal verlängert seinen Vertrag, den verlängerst du ja nicht, wenn das Kacke läuft, okay. Ich, ich glaube, ich muss noch mal so ein paar alte Aufnahmen von dir raussuchen, wo du immer sagst, er kann doch nicht erfolgreich sein, ich hab da so ein Gericht gehört, der wird bald abgesägt, und solche Sachen. Ja, ich weiß, war halt, da war halt auch viel Hoffnung dabei, ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass es, dass ich mir nichts erklären kann, aber andererseits, wie gesagt, nehmt mein, ihr werdet es in meinem Franchise-Artikel dann auch lesen, der Scheiß ist ja nicht unerfolgreich, das ist es ja, genau, das ist es ja, der Bond-Film hat jetzt auch das beste Startwochenende seit 1895 hingelegt, so ungefähr. In Amerika übrigens nicht. In Amerika nicht, ja, das hab ich auch. Nee, in Amerika war der Start sehr verhalten, und war, ist auch deutlich hinter, äh, Spectre und Skyfall, glaube ich sogar. Hm. Ja, also. Aber wir haben doch China. Ja, da wird er auf jeden Fall abgehen. Ja, nochmal zurück zu dem Trailer, also du hast mir den morgens geschickt, ich hab dem so um halb acht im, halbschlaf im Bett geguckt, und danach war ich wach. Dankeschön. Wieso, ich bin eigentlich danach wieder eingeschlafen. Weil da war doch nichts, was irgendwie, wo ein Fokus drauf war, oder was spannend gewesen wäre, es war immer nur, ich hab's eben schon gesagt, derselbe Einheitsbrei wieder, du hast deine Checkliste eben abgearbeitet, da hat mich nichts dran bewegt, und nichts dran gehuckt. Die letzte Staffel, in der Zukunft, geil, alles auf neu, was werden sie machen, werden sie wieder mit politischen Verwerfungen arbeiten, werden wir sehen, wie die Föderation untergegangen ist, weil sie sich einfach, weil sie die Idee dahinter nicht getragen werden konnte. Nein, es war eine Naturkatastrophe, die von einem Kind verursacht wurde, weswegen das alles zusammengebrochen ist. Wieso haben wir denn DS9, ja, DS9 haben wir es ja gemacht, das wollen sie ja nicht wiederholen, also von daher. Ja, aber sie wiederholen sich ja andauernd selber, es ist ja, also unter einer kompletten Auslöschung von allem Leben macht's Discovery ja gar nicht mehr. Naja. Ja, hier ist jetzt, ähm, hier ist jetzt, die Anomalie 5 Lichtjahr groß, ja. Ja, Mr. Stocky schreibt's ja, egal ob gut oder schlecht, in Social Media wird darüber Gespräche geschrieben und gestreamt, das reicht, um Gespräch zu bleiben, Leute neugierig zu machen. Ja, in meinem Ende des Tages guck ich ja auch alles, wo Starcheck draufsteht, jetzt mal Prodigy außen vor, also da werd ich, glaub ich, echt nur mal so reingucken, da werden wir auch nicht, also maximal eine Staffelbesprechung zu machen. Ja. Also mehr, mehr echt nicht. Ja, aber Prodigy ja ganz interessant werden könnte, weil sie jetzt gesagt haben, es soll für komplette Starcheck-Neulinge gemacht werden, also man braucht nichts von Starcheck-Wissen, um Prodigy am Ende zu gucken. Allein deshalb interessiert mich, da mal reinzuschauen. Ja, du kannst, kannst ja auch gerne machen, ich mein, es macht ja auch Sinn, wenn ich so die ganz junge Zielgruppe ansprechen will, dann kann ich auch nichts voraussetzen. Ja. Von daher, das ist, das ist schon okay, aber das ist wie, es gibt ja jetzt auf Netflix noch eine zweite He-Man-Serie, so eine computeranimierte He-Man-Serie, ähm, die ist definitiv nichts für mich, mich, also, äh, mir wurde die empfohlen, ich glaube, war es der Basti oder so, der mir eine WhatsApp geschrieben hat, ähm, ja, das ist nichts für mich, also das ist, aber da bin ich jetzt auch, da sage ich jetzt auch nicht, oh Gott, die haben jetzt hier meinen He-Man ruiniert, ich habe mir das angeguckt, und habe gesagt, so, nee, das ist halt Paw Patrol als He-Man, das ist halt nicht mein Ding, ja, ähm, Grund, warum ich keine Kinder habe, Nummer 387, ja, aber ich habe schon zwei oder drei Folgen Paw Patrol geguckt, und ich glaube, wenn du die geguckt hast, hast du alle geguckt. Ja, das, aber das ist das Großartige, ich meine, ich habe es, glaube ich, letztens schon mal erwähnt, meine fast dreijährige Tochter, die versteht davon nichts, und ist, der, ich zeige ihr die Folgen auf Englisch, sie will den Scheiß, gucke, ja, ich zeige ihr, ohne Witz, ich zeige ihr Cartoons und sowas auf Englisch, die soll mal ein bisschen darüber Englisch schon mal lernen, die ist davon fasziniert, und jede Folge ist halt wieder, äh, ein Problem taucht auf, ist eine Katze, ist auf, äh, auf einer Leiter, die Paw Patrol wird angerufen, sie sagen alle, Rider Needs Us, kommen in die Zentrale, werden gebrieft, fahren mit ihren, Verkaufsspielzeugen los, die man genau, übrigens das, krasse, durch die 3D-Animationen, die die hinbekommen haben, alles, was die da drin zeigen, kann man eins zu eins, so als Spielzeug kaufen, und es sieht genauso aus in der Realität, wie, äh, in der Serie, geile Verkaufsstrategie, die dahinter ist, ähm, sie lösen alles auf, sind freundlich zueinander, und sagen, äh, no job ist, äh, äh, keine Kugel ist zu klein, kein Fellfreund ist zu groß, irgendwie sowas in der Richtung, und dann war die Folge vorbei, es ist wie He-Man und alles andere früher, sie haben Power Rangers da mit reingepackt, die haben He-Man da mit reingepackt, die haben alle möglichen anderen Sachen da mit reingepackt, es funktioniert, und das Ding ist super erfolgreich, weil die Kinder nicht mehr aufstehen, ich kenne, ich kenne, ich kenne keine jungen Eltern, deren Kinder nicht Paw Patrol geil sind, keine einzigen, selbst, selbst die größten, die größten Öko-Eltern, ja, die sonst anti-alles sind, ja, bei Paw Patrol haben auch die kapituliert, ja, es ist ja auch, ich meine, wie hat's bei uns angefangen, bei uns hat's angefangen, ich hab eigentlich meiner Tochter die ganze Zeit, wenn sie was gucken durfte, zum Zähneputzen, Disney-Videos, Disney-Lieder, Frozen und sowas gezeigt, was für mich okay war, und nur weil ihr Cousin ihr ein paar Mal davon, da begeistert von war, und sie einmal da reingeschaut hat, dürfen wir jetzt gerade nichts anderes mehr schauen, soll ich dir nicht nochmal Elsa vorzeigen, nein, Paw Patrol will ich sehen, und, wie war das, es gibt übrigens auch interessante, interessante Kritiken dazu, das soll, diese Serie soll neoliberale Denkmuster fördern. Ja, das kannst du auch in Benjamin Blümchen reindichten. Kein Witz, also auch, und TKKG ist übrigens fast schon rechtsextrem. Ja, TKKG ist ganz problematisch, aber ja, sagen wir mal so, ich bin immer wieder fasziniert, wie dermaßen die Kinder davon gehuckt sind, und was für eine Geldmaschine das ist, habe ich vollsten Respekt vor, auch wenn ich's nicht mehr gucken kann. Heute schweifen wir kräftig ab. Lass uns nochmal zurückgehen zum Trailer. Sollen wir einen Podcast zu Paw Patrol machen, alle Folgen besprechen? Ja, da kannst du dir, kannst du mit Papa Basti machen, ja, der macht das bestimmt gerne mit dir. Uns wird ja immer nachgesagt, wir wären immer so mies drauf, und würden alles immer nur so schlecht machen. jetzt lass uns doch mal unsere Hoffnungen, positiven Hoffnungen, für die vierte Staffel Discovery formulieren. Was erhoffst du dir denn? Lass sie mich überraschen, und zwar positiv. Das ist, was ich hoffe. Wie könnte man dich denn positiv überraschen? Naja, ich war ja immer derjenige, der in den letzten Staffeln gesagt hat, wird bestimmt besser, wird bestimmt besser. Jetzt haben sie Potenzial dafür. Mittlerweile ist meine Meinung komplett umgekehrt, und ich erhoffe mir gar nichts mehr davon. Wenn ich mir was erhoffe, bitte lass es einen komplexen, wirklich einen komplexen Gegenspieler geben, der irgendwelche politische Motivationen dahinter hat, und wo es aus der Story selbst hervorgeht, und nicht wie Kai aus der Kiste, heraushüpft, und da plötzlich etwas da ist, was man noch nie irgendwie vorher gesehen hat. Ich möchte, dass da Discovery mich so überrascht, dass die Story Sinn macht, und dass die Charaktere Spaß machen. Und das war jetzt in den letzten Staffeln eher selten der Fall. Hm. Okay. Verstehe ich. Ich habe gerade eben mal den Chat gefragt, was er sich von der Staffel 4 aufschreibt. Schreibt es uns doch mal rein. Wird uns mal interessieren. Lesen wir auch gleich vor. Also. Wo ich wirklich Hoffnung drauf setze, aber ich befürchte, es fällt einfach hinten runter, wäre, dass der Konflikt von Stamets vs. Burnham ein Thema ist. Das fände ich gut. Denn wenn wir uns daran erinnern, hat in der letzten Folge der dritten Staffel ja fast Liebelein dran glauben müssen, oder Stamets hätte Liebelein fast nicht mehr gesehen, weil Burnham mal wieder ihren Kopf durchgesetzt hat, und er war ja dann auch, in der letzten Einstellung hat er ja auch nie so freundlich geguckt. Von daher hoffe ich mir aus dieser Dynamik erhoffe ich mir einfach was. Das fände ich toll, weil da kann man was draus machen. Da kannst du wirklich was draus machen. Am Ende wird Michael trotzdem zum Admiral gekürt. Gott, am Ende der Staffel ist sie Admiral. Ich hoffe immer noch, weil das einfach das Highlight war, Adira, Grey, Colbert, Stamets. Ganz ehrlich, diese Vierer-Family war für mich das Highlight der letzten Staffel. Und ich hoffe, dass sie mit Adira was anzufangen wissen. Und dass sie nicht einfach nur das queere, Feigenblatt ist, das da in der Serie drin ist. Sondern, dass sie wirklich damit was machen und damit was anfangen können. Das fände ich wirklich mal toll. Die Love Story Burnham Book. Ja, ich glaube immer noch, dass Grudge keine Katze ist. Sondern, da kommt da was. Ich weiß nicht, wie sie mit Saru umgehen werden. Ob der nur einen Gastauftritt haben wird oder ob der Co-Captain sein wird. Haben sie ja schon versucht. Ja, genau, haben sie ja schon versucht. Mal gucken. Was schreibt der Chat? GeneHunt81, ich mach mir nix vor. Das wird das übliche Geheule und Burnham Files am Ende. Mr. Twitter, sehe ich genauso. Ich guck's halt weg. Mr. Stockish schreibt, ich glaube nicht, dass es einen Antagonisten geben wird. Erhoffe mir aber auch nichts. Denn, äh, dann wäre die Überraschung größer, wenn die Staffel doch bombig wird. und dass es kein Crossover mit Picard wird. Gott. Gott. Ey, ich mein, vielleicht, vielleicht hat er ja wirklich die und Kärflichkeit in seinem anderen Körper. Mr. Stockish, was stimmt mit dir nicht? Wie kann man denn nur auf so eine kranke Idee kommen? Ja, wenn sie schon John DeLancey, äh, dabei haben, dann kann Q auch einmal kurz machen und Picard ist in einer Gastfolge dabei. Gott. Ja, aber wo jetzt gerade drüber gesprochen wurde, ich mein, ich brauch unbedingt dieses Previously On in der nächsten Staffel, weil ich mich an fast nichts mehr erinnern kann, was da zuletzt war. Das ist ganz gut, dass du gerade ein bisschen drüber geredet hast. Meine Hoffnung ist, dass sie mehr in Richtung Lower Decks gehen und eine Ensemble-Show draus machen. Wird nicht passieren. Aber Star Trek ist für mich erstmal größtenteils ein Ensemble, wo sie ja auch die Crew dafür haben, aber nichts bisher draus gemacht haben. Also ich sag mal so, Tilly ist ja befördert worden, die ist ja Lieutenant Tilly jetzt. Ähm, da könnte man ja vielleicht ein bisschen mehr Screentime mit ihr machen. Ich sag mal, Tilly war jetzt nicht das Schlimmste an der Serie. Ja, aber nicht das Beste, aber auch, weiß Gott, nicht das Schlimmste. Ähm, ja, mei, mit Detmer könnte man ein bisschen mehr anfangen. Das wäre was, die Wuschinken, die finde ich langweilig. Gut, die kann jetzt halt die Luft anhalten, ewig toll. Ja, ähm, also ja, ich bin absolut bei dir, so ein bisschen mehr, ähm, äh, äh, Ensemble. Ensemble. Michael schreibt im Chat, ich hoffe, ich sehe mehr von der Blonden, die mal Arium war. Stimmt, das ist ja die gleiche Schauspielerin, die jetzt irgendwie eine andere Rolle spielt. Ja, richtig hatten wir, glaube ich, in der Discovery-Folge mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, nochmal an der Stelle, ich sag es wirklich jetzt explizit nochmal, wenn diese Staffel geil wird, sind wir die Letzten, die das nicht sagen werden. Sagt es allen da draußen, wenn ihr wieder einen hört, der sagt, die Nerdizisten hauen nur drauf rum. Ja, der Trailer war langweilig und 0815 und Checkliste. Aber wollen wir es ihm zugute halten, dass sie vielleicht absichtlich das gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir zeigen das Beste nicht und wir locken alle auf eine falsche Fährte und sie haben uns alle getrollt. Ja. Dann wäre ich ja der Letzte, der jetzt nicht sagen würde, Alter, guck mal, Chapeau. Allein. Die besten Filme haben scheiß Trailer. Ja. Allein, man hat es halt jetzt drei Staffeln lang verkackt, mit Picard vier Staffeln verkackt. Ich bin halt einfach grundskeptisch, aber ich glaube, wir werden auch nach den ersten zwei Folgen und wir werden es wieder im 14-Tages-Rhythmus besprechen, auch wieder in den Livestreams. Wir werden wahrscheinlich sogar ganz positiv aus den ersten zwei Folgen rausgehen. Wie gesagt, hört unsere Auftaktfolgen der jeweiligen Staffel an. Wir sind in alles, in Staffel 1, in Staffel 2, in Staffel 3 und im Picard mit High Hopes gegangen. Immer. Aber es wird halt hinten raus immer schlechter. Genau. Und das ist ja auch gut, dass wir ja auch froh über eine Serie sein können und Lob raushauen. Haben wir gerade irgendwas Schlechtes über Lower Decks gesagt? Nichts. Gar nichts. So sieht es nämlich aus. Nur, dass du dich ärgerst, dass sie gut ist. Ja, ganz genau. Ganz genau. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann empfehlt uns doch mal weiter. Erzählt euren Freunden, Freundinnen, Onkel, Tanten, Papas und Mamas und Patenkindern und Arbeitskollegen, was ihr heute Abend hier geguckt habt beziehungsweise wann auch immer ihr vielleicht beim Gassi gehen, beim Joggen, beim Sport oder zum Einschlafen gehört habt. Lasst ein Däumelein nach oben da, abonniert unsere Channel auf YouTube, Twitch oder wo ihr diesen Podcast gehört habt. Live könnt ihr uns sehen. Nächste Woche, wenn ihr das hört, das wäre dann der 16.10. auf der MagicCon in Bonn und dann eine Woche später am 23.10. auf der FatCon, jeweils im Maritimhotel in Bonn. Wir werden da einsam. Da musst du dir jetzt aber korrekt sagen, wenn ihr es hört, diese Woche, nicht nächste Woche. Ja, stimmt. Diese Woche. Und sprecht uns an. Wir freuen uns immer mit Hörern zu sprechen und am 23.10. auf der FatCon werden wir auch über Nacht bleiben. Das heißt, da sind wir abends auch auf der Party. Also von daher, wir haben Bock, wenn ihr da also auch seid, dann sprecht uns drauf an. Ich werde meinen Kopf anleuchten, dann werden uns auch alle sehen. Wenn ihr uns natürlich eine E-Mail schreiben wollt, dann nutzt das und nutzt die Info at nerdizismus.de. Schickt dem Michael doch endlich mal eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Vielleicht auch entweder mit euren Hoffnungen und Erwartungen für die Staffel 4 von Discovery oder euer Fazit dann für das nächste Mal, wenn wir über Lower Decks reden. Das machen wir wahrscheinlich im Rahmen der FatCon. Gehen wir mal in eine ruhige Ecke und reden über die letzte Folge. Vielleicht nehmen wir das Panel mit oder irgendjemand, der uns über den Weg läuft. Irgendjemand werden wir schon vor das Mikro kriegen. Und dann freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen bei iTunes. Und wenn ihr uns über Podcast Addict hört, dann könnt ihr auch dort eine Bewertung hinterlassen. So, wir machen jetzt hier Feierabend. Die nächste Folge mit uns wird dann über What If gehen. Da haben wir auch noch zwei Folgen zu besprechen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auf euren der Cons. Und was geht es jetzt? Ach so, mit dem Andreas vom Discovery Panel geht es auch weiter mit The Walking Dead. The Walking Dead läuft übrigens wieder. Genau, ganz genau. Ist auch schon wieder vorüber, oder? Ist auch schon wieder vorüber für die Hälfte. Aber auch da werden wir drüber sprechen. Also, bei Neudizismus gibt es immer was. Ghostbuster steht vor der Tür. Ah, uns wird nicht langweilig. Also von daher, in diesem Sinne, macht es Jort. Bis dann. Tschüss. Tschau. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Tschau. 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 Szau. Tschau. Schau. Tschau.